unsere akademie der lebensfreude bringt wieder einmal ein neues projekt im jahr 2020 die akademie besteht seit 20 jahren und wir haben schon zahlreiche projekte durchgeführt menschen ausgebildet menschen inspiriert kurse gehalten vorträge gehalten und so weiter dieses projekt heißt glücksgekreise das heißt wir gehen mit unserem camper funky auf die reise in mitteleuropa zunächst und inspirieren die leute zum glücklich sein mit verschiedensten methoden wir haben schon einmal im jahr 2004 bereits eine glücksimpfung durchgeführt in bern das ist auch in diesem kommenden film zu sehen und wir haben vor kurzem in freiburg im preisgau interviews geführt mit menschen über das glücklich sein solche und ähnliche elemente werden einfließen aber auch das inspirierte älter werden über dieses thema habe ich ein buch geschrieben und wir wollen auch speziell ältere menschen ansprechen wir sind sehr spontan aber wir wollen diese dinge dokumentieren über das internet publizieren und auch mit partnern zusammenarbeiten die ähnliche einsichten haben und die dieses projekt unterstützen wollen und die epigenetik lernt uns dass wir für alles im leben verantwortlich sind sobald wir erkannt haben dass wir verantwortlich sind und wer jetzt noch rausgehen möchte der darf das gerne tun weil nachher wisst ihr es und dann sind wir verantwortlich schiffe sind nicht gemacht um im hafen still auf dem trockenen zu liegen schiffe wollen die wellen fühlen wollen hinaus sonst werden sie von der sonne zermürbt und so ist der mensch auch nicht gemacht um stehen zu bleiben denn mensch ist ein immer sich in bewegung befindendes wesen das ist wichtig sie müssen mit ihrem leben zufrieden sein ja das andere ist alles daneben ja jetzt sind sie voll voll lachwasser jetzt hat sie nur noch zu lachen denn ganz hoch und dann noch eine luftimpfung bitte schön einschlaufen ganz guten morgen guten morgen von unserer spontanreise in der schweiz genau und ganz guten morgen guten morgen guten morgen von unserer spontanreise in der schweiz genau und eben haben wir entschieden dass das der platz der freiheit ist und andere aspekt der freiheit ist eben hier unser camper van funky der funky bus den wir kürzlich mit bunten punkten bemalt haben mit dem wir überall hinfahren können so werden wir als ganze wesen hier auf erden ein leben vielleicht wie im paradies in der freude in der liebe im lachen miteinander teilen können in 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 in